Oh, Stewie, wie aufregend. Dein erster Besuch auf einer echten Feuerwache. Ja, ihr Kinder habt euren ersten Besuch auf der Feuerwache alle geliebt. Weißt du noch, Meg damals? Willkommen auf der Cohog Feuerwache, Freunde. Ich bin Captain Beckman. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Ich beantworte sie gern. Was geht ihr, Freaks? Wartet ihr drauf, dass jemand mit einer Zigarette im Mund einschläft? Faule Feuermongos! Ist noch ein Donut, du Schwein! Wir haben Knarren, ihr habt Schläuche. Bis dann auf dem Softballfeld. Hier ist unsere Küche. Hier bereiten wir unsere Mahlzeiten zu. Und oben sind die Schlafräume. Was ist mit ihren Frauen und Familien? Die bekommen wir manchmal sehr lange Zeit nicht zu Gesicht. Sie müssen ja furchtbar einsam sein, wie ein Basketballer auf Auswärtsspielen. Hey Chris, glaubst du, man kann aus dem Feuerwehrschlauch trinken? Warum nicht? Es ist bloß Wasser. Gut, dann dreh auf. Ich hab einen Riesendurst. Na toll, Chris. Jetzt ist mein Hemd nass. Den wenigsten ist bekannt, dass man bis zum Jahr 1928 keine Schläuche hatte und ein Feuer mit bloßen Händen bekämpfen musste. Hier eine kleine Demonstration. Oh, freche kleine Flamme, ha? Oh mein Gott, das Feuer hat eine Waffe. Was war das für F*** nochmal? Komm schon, Stewie, wir gehen. Moment noch, Brian. Ich spiele Feuerwehrmann. Ich spiele gern andere Leute. Ich heiße Peter. Ich arbeite in der Brauerei. Jetzt zieh ich meine Hose an und rede mit meinen Kollegen, in der in dieser Hose ist Stuhl. Reunited and it feels so good Doing someone that you used to do That's what this song's about You could find someone else But this seems a little easier Cause you already have their number Yeah, yeah